Ich grüße euch ein kurzes Lebenszeichen von mir. Ich habe ab heute Urlaub, kann mich ganz auf meine Wettkampfvorbereitung konzentrieren, habe auch schon vorgekocht. Die weißen Schalen mit Fischsuppe für heute und die beiden roten für morgen und dann wird ihr ab morgen endlich wieder geladen. Da freue ich mich drauf, bereite heute Nachmittag meine Mahlzeiten vor. Ich werde jetzt mir aber erstmal eine schöne Fischsuppe genehmigen und danach versuchen eine halbe Stunde Mittagsschlaf zu machen.